Willkommen beim zweiten Teil von The Vanishing of Ethan Carter. Ed hat also Travis getötet und von Ethan immer noch keine Spur. Machen wir uns mal weiter auf die Suche, ob wir noch mehr von den beiden finden können. Großes Waldstück. Von hier kommen wir sowieso. Ah, das ist die Verknüpfung zu den Bahnen. Ich rechne an jedem Moment damit, dass irgendwas aus einem Gebüsch rausspringt oder noch eine Falle hier ist. Was ist das denn? Eine Ampel? In der richtigen Reihenfolge drücken. What the fuck, ein Astronaut? Was ist er denn? Machen die Entwickler ihren Namen ja alle Ehre. So schnell wie ich renne, kriege ich den trotzdem nicht. Vielleicht will der uns auch eben mal zeigen. Was ist das denn? Wie abgefahren ist das denn? Noch mehr von den gleichen Kugeln? Reisen wir irgendwo hin? Oder? Sieht auf jeden Fall so aus, als würden wir irgendwo hinfliegen. Eine Nachricht? Wie komme ich aus diesem Ding wieder raus? Fangzähne. Fangzähne. Die Bestie hatte Fangzähne, war aber schwer und langsam. Als sie das Licht am Himmel sah, wartete sie und dachte, das Licht würde ausgehen, wie die anderen davor. Als das nicht geschah, stand die Bestie auf und ging zu dem Ort, an dem sie das Feuer noch immer brannte, an dem das Feuer noch immer brannte. Als das orangenfarbene Licht erlosch nahm, nahm ein neues seinen Platz ein. Dieses war blau, ein helles und reines Blau, das das Geschöpf bisher nur bei den Rändern von Sternen sah. Die Bestie zeigte ihre Fangzähne und das Licht verschwand. Kurz darauf tauchte das Licht zwischen zwei entfernten Bäumen wieder auf. Die Bestie wollte nach Hause gehen, konnte das Licht aber nicht ignorieren. Deshalb verfolgte sie es tiefer in den Wald. Abstruse Geschichten, Amerikas beste Science Fiction, Januar 1964. Mit Yellow Hills of Mars von Douglas Bowding, sowie etlichen anderen Charakteren. Travis Entstellung Homofürst. Gaylord. Okay. Das ist... Das ist ein Raumschiff. Es sieht aus wie eine Rakete, die in den Weltall fliegen will. Okay, cool. Gut, cool gemacht. Was die für Einfälle haben, ey. Die ist so abgefahren. Da hat doch niemand mit gerechnet mit sowas. Ruhe scheint stehen geblieben zu sein, schon vor langer, langer, langer Zeit. So wie das ja auch alles komplett verlassen ist. Aber jeder Weg führt irgendwo hin. Eine Art Wachtturm oder sowas. Ein Stromgenerator. Die Wachtturm oder sowas? Die Wachtturm, die hier sind schon lange, langer Zeit her. Das war Teil des Passagier. Die große Wachtturm dieser Lande wurden verschwunden, schiessen zu werden, und dann bleiben, die schlimmste Versionen der eigenen Schöne. Unter all dieser Rot, wachsen schwarze Dinge. Mal gucken, dass wir hier nix verpassen. Sieht aber aus wie Sackgasse. Ich will hier über die Brücke, aber ich will erst noch gucken, ob hier irgendwas ist. Nicht, dass ich irgendwie was verpasse. Aha. Ich kann ja so wie eine kleine Stadt schon fast sein. Aber hier ist Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse. Geh über die Brücke, wollen sie uns damit sagen. Ja, selbst die Sackgassen sind richtig hübsch. Das ist so eine Art Stromableiter. Auf einer Brücke. Wovor soll die denn dann schützen? Die Lampen schützen? Oder die Metallbank, wenn man sich da drauf setzt, beim Gewitter. Könnte ich mir gemütlich vorstellen. Ich hätte die Bank aber hier hingestellt. Wenn ich dann direkt so die Aussicht habe. Boah. Sowas von geil die Aussicht. Ich bin so gespannt, ob da noch andere Menschen sind irgendwo, oder ob wir hier komplett alleine sind. Ein Astronaut war ja auch irgendwo nur Fantasie. Glaub ich jedenfalls. So hat sich ja aus mit dem Haus dann. So hat sich ja aus mit dem Haus dann. Können wir auf jeden Fall betreten. Ein Zettel. Scheint auf jeden Fall verlassen zu sein. Vielleicht gibt's ja einen Hinweis oder eine Warnung oder sowas. Ich beschwöre den Knochenlosen, den einen der Leeren. Den Zerstörer der Schiffe und den, den die Winde fürchten. Hört mich. Großer Gesandter Fokalor. Fokalor. Ich möchte einen Pakt mit euch schließen. Um meine Feinde zu verwirren und meine Besitztümer zu beschützen. Nutzt die Tore der Verwirrung, um ihr Urteil zu trüben. Versiegelt den Weg mit Falschheit und List. Und gewährt nur denjenigen Zutritt, die das echte Innenleben erkennen können. Aglon. Tigragram. Vachion. Stimulant und... Etliches mehr. Was ich nicht entziffern kann. Lustig. Also Zutritt jetzt nicht mehr gewährt. Zutritt gewährt. Tauschen. Räume tauschen. Räume tauschen, die passen. Die das Innenleben kennen. Aha. Also jetzt spontan würde ich mal sagen, dass der, dass der Raum direkt passt, weil... Weil der Raum, der geht weiter nach rechts als hier das Haus, also als die, als die Wand jetzt hier ist. Das passt nicht. Würde ich mal, würde ich sagen. Und das Haus. Also hier geht's auf jeden Fall auch weiter. Und da ist ja... Ist ein Fenster. Es sah ja von außen relativ quadratisch aus. Und das ist auch zu klein. War es jetzt richtig? War das falsch? Das sieht aus wie ein Dachboden. Hm... Könnte. Aber die Treppe ist eigentlich hier, ne? Noch ein Treppenhaus. Oder ein einzelnes Zimmer. Oder der Dachboden. Ein einzelnes Zimmer. Ja. Puh. Schwer. Schwer zu sagen. Ich glaube das ist zu groß. Das... Das könnte passen. Weil... Ah... Hier passt die Wand glaube ich nicht. Ich denke mal, dass es ist. Ich hab keine Ahnung, ob das richtig ist. Aber wo führt das hin? Und... Ist irgendwann in einem Raum was? Muss man einfach alle Räume nur... ...gefunden haben und richtig gemacht haben, damit es weitergeht? Treppenhaus. Treppenhaus ist da vorne. Genau. Eine Küche. Die passt auch von der Wand her. Passt aber auch. Weil... Das ist hier dein Treppenhaus. Bleibt da eigentlich nur das, ne? Wie viele Portale und Stockwerke hat das Haus denn? Das auf gar keinen Fall. Das... Das könnte passen. Das auf gar keinen Fall. Weil ja hier wieder... Bleibt nur das übrig. Schwierig, schwierig. Könnte passen. Das auf jeden Fall nicht. Das ist zu lang. Das... Da ist ja... Finito hier. Ne. Das auf gar keinen Fall. Das sieht... Das ist doch eine Tür vom Boden gewesen, oder? Sieht auf jeden Fall so bodenmäßig aus. Richtig? Falsch? Immer noch an der gleichen Stelle. Boah. Hm. Da... Da muss eigentlich noch irgendwas sein. Also könnte das nicht abgeschlossen sein, der Raum. Und der ist auch abgeschlossen. Und hier geht das weiter. Yes. Sieht gut aus. Moment mal. In dem Haus sind wir doch drin. Das ist doch die Brücke. Da sind wir doch... Wir sind doch grad hier den Weg hochgegangen. Okay, also... Teleportieren wir uns durch die Häuser durch, oder so? Abgefahren. Treppenhaus? Nein. Hm... Aus wie die Küche, ne? Pff... Oh... Könnte das das sein? Das ist auf jeden Fall ein verbundener Raum dann mit hier hinten. Das ist auf gar keinen Fall, weil das zu weit nach rechts geht. Nee... Ich glaub das passt. Ja... Dann wär das miteinander verbunden, ne? Jetzt wollen wir nur noch den richtigen Raum einstellen. Das ist ja, ne? Der größ... Der größere... Ja. Oh, gar nicht so schwer. Auf jeden Fall geil. Dachboden. 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 Kappenhaus. Dachboden. Bücher. Dachboden. 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 Richtig coole Schriftsteller und coole Bücher. Was ist das denn? Ich kann auf jeden Fall was lesen Ich will mich erstmal umgucken Bücher, Bücher, Bücher Tote Vögel, Raben Ein hübscher Kopf Nettes Baby Hoffentlich sieht mein später nicht so aus Eins lebte ein Zauberer in einem alten Haus und bereitete Tränke zu, mit denen er in die Zukunft sehen konnte Die Leute aus dem Dorf kamen zum Haus des Zauberers und verlangten von ihm, seine Tränke mit ihnen zu teilen Wir möchten auch in die Zukunft sehen, sagten sie ihm, aber der Zauberer sagte nein Die Leute aus dem Dorf wurden wütend und verbrannten das Haus des Zauberers Doch der Zauberer wusste, dass das geschehen würde Er hatte seinen Trankraum bereits mit einem Zauber belegt Das Haus brannte, der Raum aber nicht Die Leute aus dem Dorf warteten, doch der Zauberer kam nie heraus Unendlicher Raum Warum standest du da? Sie spielst du? Nein Nein, hm? Was ist da genau so falsch mit dir? Nichts Du musst zu stoppen, zu lassen, deine schlussischen Geschichten Die Leute ausfragen Die Leute ausfragen Die Leute ausfragen Also der Zauberer war irgendjemand, der je was gebraut hat oder sowas In Brauerei Na, das ist der Zettel mit der Magie Brand legt Alkoholschmuggel frei von David Jefferson Bayfield County Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ashland entdeckten eine offensichtliche Schwarzbrennerei, während sie in den Wäldern von Old Otkin einen Brand bekämpften. Den Beamten zufolge beinhaltete die Brennerei einen Propanofen und einen vier Gallon umfassenden rostfreien Stahltopf, der zur Aufbewahrung der Whisky-Maische verwendet wurde. Aufgrund der Größe der Brennerei glaubt Bayfield County Sheriff Hank Schäfel, es könnte sich dabei um einen Teil eines Alkoholschmuggelvorhabens handeln, obwohl er zugab, dass es im County noch weitere Brennereien geben könnte. Polizisten vor Ort bagen eine halbe Gallone schwarzgebrannten Apfelschnaps und eine Gallone geschmacklosen Schnaps. Apfelwein und Zimtstangen wurden auch neben der Brennerei gefunden. Die Polizei konnte noch nicht feststellen, wem die Brennerei gehört. NASA startet ATS-6-Satelliten von der Associated Press, Cape Canaveral, Florida. NASA startet heute in Florida den weltweit ersten sogenannten Bildungssatelliten und verleiht den Vereinigten Staaten dadurch einen mächtigen Vorsprung in der Telekommunikationstechnik. Der Applications Technology Satellite 6 überträgt direkt Bildungsprogramme in mehrere Länder wie die Vereinigten Staaten, Kanada, Indien und Australien. Die NASA glaubt, der Satellit würde mindestens die nächsten fünf Jahre in ständigem Kontakt mit der Erde bleiben. Witzig. Aber was hat jetzt der Satellit wieder mit der Brennerei zu tun, oder ist das eine Anspielung auf den Astronauten? Wir sind oben in dem Haus, ne? Oder in einem der Häuser, in dem Haus, wo wir gestartet sind. Ist das eine geile Aussicht. Ich würde sagen, wir leiten einfach den Rest des Let's Plays hier. Listen wir uns in dem Haus ein und sehen wir, was noch passiert. Der Bruchbruder, der muss ja Angst haben, dass hier jederzeit der Boden einkracht und du im Keller bist. Falls der Ding sowas hat. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das sieht aus wie ein Fahrstuhl. Aber ich kann nichts rufen. Ich kann auch nicht runterfallen. Vielleicht kommt man später dann hier runter oder so, wenn ich Strom aktiviert habe. Na toll, zwei Wege. Einmal oben gucken beim Haus. Ja, das ist das Haus. Wo wir uns teleportiert haben. Ja, okay, das wird das Rätsel mit dem Portal gewesen sein. Ah, wie detailverliebt das ist. Meine Fresse, ey. Wird das eigentlich dunkler oder kommt mir das nur so vor? Und der Weg scheint nach oben zu führen. Der andere Weg geht dann irgendwie so beim Wasser wahrscheinlich weiter. Oh, wie groß das alles ist. Eine Kirche. Und noch ein Weg. Und noch ein Weg. Und ich würde sagen, wir machen kurz Pause und dann gleich wieder zurück in Teil 3. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Ich한테 kommst du mir mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.